Ich bin die Isabella Einrahmhof und komme aus Wien und hatte am Montag Gipsabnahme von einer gebrochenen Hand und bin jetzt das erste Mal heute in den Stollen und ich spüre eine Verbesserung zu 100%. Ganz wichtig zu sagen bitte, wie es sich vor dem Tunnelaufenthalt gefühlt hat. Was macht das Unterschied? Es war geschwollen und es hat geschmerzt. Der Bruch ist hier. Ich habe jetzt keine Schmerzen und ich kann die Hand bewegen. Konnten Sie das vor dem Tunnelaufenthalt machen oder nicht? Ich konnte schon, aber nicht so gut. Also ich konnte diese Seitbewegung nicht machen. Das konnte ich nicht. Wie lange sind Sie im Tunnel gewesen heute? Zwei Stunden. Und der Unterschied ist schon merkbar. Der Unterschied ist gigantisch. Was würden Sie den anderen empfehlen? Kommt her. Überzeugt Euch. Das ist heilsam. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist ein Heilstollen. Dankeschön. Dankeschön. Dage den Herbst. Dage die her, die Trinchen.